Und die normalen Leute, das sind auch diejenigen, die wissen, dass es blitzgescheit ist und dass es eigentlich gar nicht anders geht. Dass ich nicht jeden in meine Wohnung hineinlassen kann, jeden Wildfremden, nur weil der vielleicht glaubt, dass es bei mir schöner ist als bei ihm daheim. Und die wissen das Gleiche bei ihren Häusern, dass man dort ein Schlosshaufen tun muss bei der Tür und dass man das von innen zusperrt und dass man selbst entscheidet, wann man das aufsperrt und wann nicht. Und genau das, was ich jetzt gesagt habe für das Beispiel der eigenen vier Wände, was einem jeden einleuchtet, das muss die Anleitung sein für unsere Asylpolitik, liebe Freunde. Nur so kann das gehen und das wissen die ganz normalen Leute. Nur die selbsternannte Elite ist da noch nicht drauf gekommen, dass das so funktioniert. Und das ist das, was ich jetzt gesagt habe für die Anleitung. Und das ist das, was ich jetzt gesagt habe für die Anleitung, 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 Vielen Dank.